Hallo Leute, ich kann es gerade gar nicht fassen und eigentlich wollte ich dazu auch kein Video machen, aber ich habe jetzt schon einige Kommentare unter meinen Videos dazu gesehen. Ja, vor 12 Stunden ist wirklich Star Wars The Clone Wars wird fortgesetzt. Sehr gutes Deutsch wieder mal, aber ich bin gerade echt wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich habe es erst heute Morgen gesehen. Ich habe gestern Abend wirklich gar nicht mehr wirklich es gesehen leider und ich bin einfach gerade wirklich baff. Und ich denke mal die meisten von euch werden es schon wissen, alle die es noch nicht wissen, geht in die Beschreibung, klickt auf den Link, dort ist der Trailer. Aber ganz ehrlich, ich wollte nur kurz dieses Video machen, weil ich auch meine Gedanken loswerden will. Ich bin wirklich extrem begeistert, dass es endlich so weit ist, dass es weitergeht. Die beste Star Wars Serie, die es in meinen Augen bis jetzt gab, eine der besten Animationsseelen im TV, die es überhaupt gab, wird fortgesetzt. Das ist unglaublich und ich bin wirklich richtig, richtig froh, weil Star Wars Rebels war wirklich nicht gut. Es wurde nach vier Staffeln abgesetzt. Es war alles klar. Jede Kritiker, die das vorher gesagt haben, haben recht behalten. Disney lag falsch. Es war einfach nicht gut. Star Wars The Clone Wars dagegen war super und wurde abgesetzt. Schon Staffel 6 war ja quasi gar keine richtige Staffel mehr und es ist wirklich schade. Jetzt, fünf Jahre später, es ist soweit, Leute. Wir können uns alle richtig, richtig drauf freuen. Ich mache dieses Video auch nicht nur, um meine Gedanken loszuwerden, sondern ich würde auch gerne von euch wissen, naja, was denkt ihr? Freut ihr euch? Freut ihr euch nicht? Wieso? Schreibt es bitte gerne mal in die Kommentare. Ich würde mir gerne eine kleine Diskussion anstoßen. Und ich würde sagen, das war es auch schon mit diesem Video. Wie gesagt, nur ein kurzes Gedanken zusammenfassend Video. Ansonsten, heute kommt später auch noch das neue Jedi Temple Video. Die Bricklink-Bestellungen sind endlich da. Das heißt, ich werde jetzt noch alles schnell zusammenbauen und dann wird das auch kommen. Also das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und ja, wir können uns alle freuen, würde ich sagen.